Ich akzeptiere es nicht. Ich gehe nach Dorazzo. Ich sehe nicht zu, wie wir von Kriegsinteressenten und Kriegshetzern aufgepeitscht in einen Weltbrand driften. Der Appell, den ich heute an Sie richte, er geht aus einem flammenden Herzen an das Ihre, die Waffen nieder. Berta, Sophia, Felicita, Gräfin Kinski von Frinitz und Tettau. Ehrliche Tochter, Posthuma des hochgeborenen Grafen Kinski. Das Buch ist gefährlich. In Deutschland gibt es zurzeit heikle Zensurfragen. Geben Sie es einem erfahrenen Staatsmann zur Durchsicht und bitten Sie ihn, alles zu streichen, was Anstoß erregen könnte. A hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles. Unsere Waffen sind Vernunft und Rechtsgefühl. Ich bin berühmt. Nationalismus ist das Gift, an dem Österreich zugrunde gehen wird.